Barovi und Toso Nickel. Sie sehen heute wunderschöne venezianische Kronleuchter aus der Reihe Nickel von Barovi und Toso, die seit dem Jahre 1295 wunderschöne venezianische Glaskunst herstellen und atemberaubende Kronleuchter. Hier werden Sie sicher den richtigen, passenden Kronleuchter für sich finden. Nickel greift auf die Geschichte von Barovi und Toso zurück. Zugleich lebt sie in der Welt von heute wieder auf. Ein kostbares Erbe, das in der Kollektion von Kronleuchtern in verschiedenen Größen zum Leben erweckt wird, die den venezianischen Geschmack für Blumen und komplexe Verarbeitung unterstreichen. Barovi und Toso Nickel